Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Yes, sir! Willkommen back bei Happy Wheels! Okay, wir spielen heute die Bestbewertesten der Woche, weil... Ich meine, wir haben länger nicht mehr gespielt, okay? Ich gebe es zu. Aber es ist ganz in Ordnung, weil ich meine, wenn man länger nicht mehr Happy Wheels spielt und dann die Bestbewertesten der Woche macht, dann kommen solche Level. Das ist einfach unglaublich. Das bringt einfach wieder diese flische Luft wieder in dieses Spiel. Ich weiß nicht, so neue Level, neues irgendwas. Dimensions. Klingt gut, schätze ich mal. Oh, wait, skip. Okay, ich werde warten. Okay, wir schauen uns das Intro an und schauen, was ich genau will. Ähm, ist der Sound überhaupt an? Hab ich überhaupt Happy Wheels Sound an? Der Sound ist aus. Okay, resume. Good night, son. Gute Nacht, sohn. Oh, my God. Warte, Dad. Was? Äh, was ist eine Dimension? Fragt der Sohn. Äh, du musst schlafen, sagt Frederico. Please, Dad, explain. Bitte, Dad, sag's mir. Was bedeutet, was ist eine Dimension? Äh, FFS? Äh, okay, hör zu. Äh, da gibt's 10 Dimensionen. Okay. It all starts, ähm, alle fangen, alles fängt mit dem Punkt an. Dieser Punkt, äh, nennt sich Dimension 0. Äh, danach kommt Dimension 1. Wie auch immer. Äh, Internet, okay. Bla, bla, bla. Er sagt jetzt, Internet weiß alles. Okay. Skip. Das sieht übrigens ziemlich geil aus. Das sah ziemlich nice aus, das Bild. Ähm, Dimension 1. Ah, okay, wir sind jetzt bei Dimension 1. Okay, ich verstehe. Äh, muss ich irgendwas klicken? Äh, Dimension 2. Okay. Interessant. Und wir gehen jetzt quasi durch diese Dimension hier. Oh, my God. Dimension 3. Oh, das... Moment mal. Das bildet sich. Oh, episch. Okay, das ist nice. Jetzt verstehe ich, wie das Levelsoft gespielt wurde. What the hell? Dimension 4 ist das. Das ist hier in der Mammutzeit. War das ein Mammut? Oh. Bro. Du hast mich fast getroffen, das ist wehgetan. Aber extrem. Holy shit. Okay, keine Sorge, Jimmy. Was jetzt? Dimension 5. Oh, my God. Wie episch sieht das aus. What the hell? Das sieht episch aus. Oh, die Arbeit, die hier reingesteckt wurde. Was ist das? Ähm. Idealien Challenge. Okay. Avoid the red areas. Okay, man darf die roten Areale nicht be... Oh, okay. Vorsichtig. Keine Sorge, Jimmy. Keine Sorge, Jimmy. Das ist richtig, Bitch. Das ist richtig. Oh, oh, vorsichtig. Wie lange habe ich Zeit? Das darf... Das darf mir also nicht berühren, stimmt's? Ah, ist das zum Treffen da? Ich glaube, das... Oh. Au. Holy shit. Okay, wir dürfen das nicht berühren. Ich muss kurz meine Nase einziehen. Ich weiß, sehr sexy. The alien can't deal with it anymore. What the fuck? It will self-destruct step back. Die werden... Die Aliens werden sich selbst zerstören. Okay. Gut gemacht. Ich habe meine Arme verloren. What the fuck? Soll ich hier runter? Wo bin ich? Ich war bei den Aliens gerade. Oh, hi. Äh. Äh. Was? Das bin ich zweimal. Okay. Ich verstehe. Ich kann nicht mehr steuern. Okay. Oh nein, oder? Habe ich also verloren? Das ist nicht dein Ernst. Ich habe verloren, glaube ich. Warte, wenn ich... Ich habe verloren. Verdammter Mist. Okay. Ich mache nochmal den Weg hierhin, auch weil es länger dauert. Okay. Wir müssen ganz weit zu... Oh mein Gott. Es geht nicht weiter zurück. Verdammter Scheiß. Bitte, ich verliere nicht so viel. Ich bin zurückgetreten. Oh, bitte, 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 bitte. Ich habe nicht alles verloren. Oh, okay. Ich habe meinen Arm verloren. Alles in Ordnung. I don't even care anymore. Man. English Skills. Und so. Moment mal. Jetzt bin ich schon wieder tot. Das ist doch nicht dein Ernst. Wieso sterbe ich? An dieser selben Stelle. Okay. Wisst ihr was? Ich würde gerne mehr... Was? Äh. Aber ich habe keine Ahnung. Irgendwie geht es nicht. Keine Ahnung. Weil das Ding ist, ich weiß einfach nicht, ob ich hier überleben kann. Wisst ihr, ich bin verzweifelt. Soll ich das umsonst nochmal machen und meine Zeit verschwenden? Und ich kann gar nicht überleben. Ich sterbe hier immer. Oder soll ich... Gar nicht erst hier hin? Vielleicht soll ich hier rüberspringen? Ich muss das Level nochmal versuchen. Ich muss... Oh ja, das könnte sehr wohl sein. Dass diese Dimension gar nicht die richtige ist. Das ist irgendwie eine falsche Dimension irgendwie. Und da bin ich reingetreten. Und da darf ich nicht rein. Und wir sind wieder hier. Hey, Mammut, alles klar bei dir? Du bist mein bester Freund. Übrigens, dass jeder Teil hier in diesem Level sehen so krank aus. Oh, kannst du bitte... Das Teil ist schwer. Sagt sie auch mal, wenn sie bei mir ist. Okay, alles gut. Und jetzt werde ich hier Vogel drüber machen. Mal gucken, ob das geht, weil... Ich kann anscheinend ja nicht überleben, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh. What the hell? Bin ich in einer anderen Dimension? Diesmal bin ich richtig gelandet dort. Aber ich bin tot. Ist das dein Ernst? Ich muss es hinbekommen. Ich muss. Ach, verdammt. Nein. Was zum... Oh, sorry, Jimmy. Keine... Oh. Er war doch schon tot, der arme Junge. Oh, ja, genau. Ist klar, Junge. What the fuck? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, alles gut. Wenn ich jetzt sterbe, ist es nicht lächerlich. Was sagt ihr? Ist es nicht... Ganz langsam. Okay, wir bleiben einfach hier stehen. Kann ich jetzt leben? Ich lebe. What the hell? Ich verstehe nicht, wieso... Äh, oh. Die Road... Okay, wir machen einfach kaputt. Äh, ich will nicht, dass du verletzt wirst. Du bist ich. Wenn ich verletzt werde, wirst du auch verletzt. Ist doch kein Wunder, dass du... Oh mein Gott. Zum Glück habe ich weitergespielt. Jetzt, jetzt brauche ich es nicht. Äh, wohin? Ich bin stark auf deiner scheiß Hands. Das ist richtig, Pussy. Lass mich lieber durch. Aber das ist krank. Oder wie findet ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare. Oh, hey, Pflanze. Alles klar bei dir? Ich liebe dich. Nicht, Bitch. Äh, muss ich hier... Muss ich hier runter? Ja, ich muss runter. What the freak? Der Typ hat echt keine Hobbys. Und eine Menge Talents. Ernsthaft. Klicken. Okay. Ah, man muss ihr das Ei geben, damit sie wieder glücklich ist. Oh. Bin ich jetzt dein Baby oder was? Hi, Freunde. Wo bin ich jetzt? Äh, Dimension 7, 8. Wir sind in einem Glas. Was geht... What the fuck? Und jetzt? Oh, okay, bis dann, Jimmy. Keiner mochte dich. Dimension 9. Okay, was gibt's hier? Äh, oh, sorry, Jimmy. Ich wollte es wirklich nur vielleicht, nur ein bisschen. Das ist komisch. Moment mal. Ich versuche mal mit Anschwung darüber zu kommen. So. What the fuck? What? Okay, jetzt verstehe ich... Oh, mein Gott. What the 10th Dimension is the point in which everything possible is imagined. Oh, mein Gott. Ähm. Okay. Sehr interessant. Okay, das ist echt krass. Wow. Look, ich schau nach draußen. Was ist denn draußen? Dimensions. Okay. Finde ich. Grandios. Bestes Level ever in Happy Wheels, was ich bis jetzt gespielt habe. Äh, was ich immer sagen wollte. Und zwar, äh, wegen Fanart und solchen Sachen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir Happy Wheels Fanart, aber nur, wenn es wirklich gut ist, erstellen. Äh, und, ähm, es mir schicken. Bei Instagram zum Beispiel, ich kann mich dann bei euch auch melden, weil ich würde gerne eure Fanarts von mir in Happy Wheels oder von den Charakteren hier, eure Zeichnungen, für als Thumbnails benutzen, für meine Videos. Und vielleicht auch in den Videos zeigen, wenn ich Spiele spiele. Ähm, also ich will allgemein mehr mit sowas arbeiten. Aber, ja, nächstes Level. Was wollen wir als nächstes Spiel? Stairs Survival, ja, das ist einfach das Spiel. Das wurde relativ oft gespielt. Zwar nicht allzu oft, aber das erste Level war, war das beste ever in Happy Wheels. Ganz ehrlich, zu dem, äh, Level kann man auch sogar ein einziges Video machen. Oh! Oh, okay, nicht überlebt. Wir müssen vorsichtiger sein. Okay, alles gut, kein Problem. Seht ihr das? Vogel vielleicht? Vogel. Definitiv Vogel, ich sehe das Problem. Ich sehe das... Oh, und easy. Easy peasy lemon squeezy. Nicht. Entscheide, wer stirbt. Das kann ich. Das kann ich definitiv. Äh, klick the name of... Oh, das wird Spaß. Okay, das wird eh witzig. Okay. Ähm, der Typ rennt von seinem Nachbarn. His dog popped in his... Ah, okay. Also, er ist sauer, weil sein Hund in... Okay. Wir leben, wer soll sterben? Er. Ah, the guy. Oh my God. Aber er ist jetzt auch gestorben. Wenn ich das nochmal klicke... What the fuck? Okay, beide sind gestorben. Ich schätze, das ist fair. Ähm, wer soll sterben? Terrorist oder die Leute? Nein, ah, das ist das Flugzeug, das 9-11. Ah, okay. Ähm, nur die Terroristen. Wow. Beide? Wow. Leute? Wow, okay. Keine Ahnung. Äh, wer soll sterben? Frederik, nehme ich den Jabberman oder Jack? Oh, das wird schwer. Ich nehme Jack. Jack hat seinen Selbstmord begangen. What the fuck? Äh, wer soll sterben? Der Polizist oder der... Oh, der Arme. Sorry. Gehen wir deinem Geld. Was passiert, wenn ich das mache? Okay. Jetzt hab ich das Geld. If you like these... Äh, okay. Ja, es war ganz in Ordnung. Nichts das beste Level, ich würd dafür so 4 Sterne geben. Original Spike Fall. What the fuck ist das? Hä? Oh. Das war original wie jetzt. Oh. Oh. What the hell? Okay, vorsichtig. Ach du Scheiße. Ich drücke gar nichts gerade, weil ich einfach nur Angst habe. Oh. Oh. Ach du Scheiße. Das war episch. Das war ein geiles Level. Definitiv richtig geil. High five. Psst. Yeah. Ballrun Master ist das hier. Können wir sehen, wie viel Master das ist. Ballrun? Für mich Master? Ich bin Master. Ich bin Master. Oh nein. Master. Beste Master ever. Habt ihr es gesehen? High five. Psst. Bisschen Rope Swings. Hab ich auch lange nicht mehr gemacht. Okay, halt dich fest. Und komm. Es ist immer dasselbe hier, wie in dieser Gegend. Und halt dich fest. Oh Gott. Okay, nice. No problem. Oh. Wir sind drin. Make a ball. Okay, ich bin Ball. Ihr seht es nur nicht, weil ich in der Kanone bin. Man kann mich nicht sehen, leider. Und. Yay. Okay, alles gut. Kein Problem. Oh, jetzt. Hier, wie heißt es nochmal? Ball Fall, glaube ich. Das ist komischste der Welt irgendwie. Ball Fall. Das ist gar keine Challenge, finde ich. Obwohl manchmal, wenn man stuck wird, dann ist es schon eine Challenge. Okay. Das ist easy. Wir haben noch Arme. Das heißt, wir können das Teil kontrollieren. Und. Yay. Ziemlich, ziemlich einfach, muss ich sagen. Einer der einfachen Level. Kannst du bauen, heißt das hier. Das klingt ziemlich interessant. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich hoffe es mal. Äh. Dein Geld. Okay. Ähm. Bö, äh. Also quasi bau ein Feuerdepartement. Ah. Toll. Jetzt hab ich null. Und jetzt? Ah, ich muss helfen. Click to help. Oh, wir müssen helfen. Okay. Äh. Finish. Wir haben geholfen. Jetzt haben wir 200 Dollar bekommen. Und jetzt, äh. Bauen wir einen Turm. Okay. Upgrade Home Level 2. 10 Dollar nur. Gerne. Ein Gold. Ich hab ein Gold. Wie viel Geld ist das? Ich hab keine Ahnung. Äh. Bild Police dabei. Jetzt haben wir noch eine Polizei. Ein Hotel auch noch. Okay. Wieso nicht? Wir bauen einfach alles. Einfach alles, was es hier gibt. Das war's. Oh, cool. Sie können draufklicken. Thanks. They can get him. Sie können ihn bekommen. Okay. Ähm. Hier oben ist noch was? Help there some... Okay. Also bei Leuten, die quasi das Geld stehlen. Und die Polizei wird jetzt helfen. Schätze ich mal. Und zu dem Hotel will keiner anscheinend. Das Hotel ist arm. Ah. Oh. Ein Flugzeug. Okay. Das war ein cooles Level. Etwas neues. Das hab ich doch gesagt. Wenn man lange nicht mehr gespielt hat, kommt ein neues Level. Nothing is impossible. Nichts ist unmöglich. Finde ich auch. Oh. Okay. Okay. Oh. Nein. Das war fast der erste Versuch gewesen. Verdammter Scheiß. Okay. Moment mal. Oh. Na. Ah. Holy. Holy shit. Das hat weh. Das hat sehr weh. Und. Au. Frick, Alter. Ah. Dein Ernst. Motherfucker. Ich kann nicht sagen, wie soll ich das Level hinbekommen. Okay. Oh. Nein. Nicht schon wieder. What the fuck. Okay. Langsam. Au. Au. Okay. Das Level ist verdammt, verdammt challenging. Ah. Jesus Christus. Mama Sita. Und jetzt so. Oh. Erster Versuch. Definitiv. Definitiv erster Versuch. Okay. Das war's mit Happy Wheels für diese Folge. Ja. Hat man wieder gut getan. Eine kleine Pause zu machen vor dem Spiel. Sehr gut getan. Aber. Das Spiel kann man immer spielen. Also. Man geht quasi von dem Spiel. Eine Nase juckt die ganze Zeit. Man geht quasi von dem Spiel weg. Und dann. Spielt man jetzt eine lange Zeit nicht mehr. Und dann ja. Aber. Wie gesagt. Wenn ihr mir irgendwelche Fan-Acht schicken wollt. Schickt mir die einfach auf Instagram oder so. Oder. Wo geht das? Ich hab keine Ahnung. An die E-Mail. Ich hab unten eine E-Mail. Eine Zuschauer-E-Mail. Und da bin ich auch manchmal unterwegs. Ähm. Aber ja. Schauen wir uns da auf wichtige Links. Vielen Dank. Was hat euch gefallen? Das zeigt wie. Peres. Du musst noch einen Like an das Video. Schau auf. Beim Knochen vorbei. Mehr Videos. Schnell ich mich an. Abonnieren jetzt. Und wir uns noch nachzumachen. Das wird dich. Im nächsten Video wiedersehen. Dann sag ich euch mal nur noch. 3, 2, 1. Schau. Bis zum nächsten Mal.